Meister Windu, dann gehe ich davon aus, dass General Grievous vernichtet wurde. Ich muss gestehen, so früh hätte ich euch nicht erwartet. Im Namen des Galaktischen Senats der Republik, ihr steht unter Arrestpanzler. Wollt ihr mir etwa drohen, Meister Jedi? Der Senat wird über euer Schicksal entscheiden. Ich bin der Senat. Noch nicht. Da handelt es sich um Verrat. 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 Du bist ein Verrat. Der Senat gestorben. ARD Text im Auftrag von Funk Ihr steht unter Arrest, mein Lord. Anakin, ich hatte dir ja gesagt, dass es dazu kommen würde. Ich hatte Recht. Die Jedi übernehmen die Macht. Die Unterdrückung durch die Sith wird niemals wiederkehren. Ihr habt verloren, Kanzler. Nein! 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 Ihr werdet sterben! Er ist ein Verräter! Er ist der Verräter! Ich verfüge über die Macht, die zu retten, wie du liebst. Du musst dich entscheiden! Hör mich auf, Anakin! Anakin! Lass nicht zu, dass er mich töte! Meine Kräfte schwinden! Ich kann nicht! Ich bin zu schwer! Anakin! Ich werde dem ein Ende setzen, und zwar ein für allemal! Das dürft ihr nicht! Er muss vor Gericht! Er kontrolliert den Senat und die Gerichte! Er ist zu gefährlich, um am Leben gelassen zu werden! Ich bin zu schwach! Er tötet mich nicht! Bitte! Das widerspricht dem Kodex der Jedi! Er muss leben! Bitte nicht! Ich brauche ihn! Bitte nicht! Nein! 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 Wir sind nicht! Na! Ja! Da! Nein! Untertitelung des ZDF für funk, 2017